So, liebe Zuschauer, jetzt ist es soweit. Mensch gegen Maschine. Oliver Gratzer, Gerhard Travöger, Martin Wildauer und Gerald Gschiel gegen eine Antonov AN2. Horst Lichter gegen Andrea Kiewel. Denn Andrea Kiewel sagt, die Jungs schaffen es, die können dieses Flugzeug am Starten hindern. Horst hingegen sagt, das können die nicht schaffen. 1.000 PS inklusive meiner Willenskraft. Die Jungs werden nachher über die Bäume gezerrt. Sie, liebe Zuschauer, sind ganz geteilter Meinung. 48% sagen, jawohl, die Strongman schaffen das. 52% sagen, nee, die Antonov schafft es. 52% sind auf deiner Seite. Ich hoffe, ich habe mich nicht so weit aus dem Fenster gelehnt. In der Mitte ist eine Kraftmessuhr eingespannt. Die zeige ich Ihnen nachher, damit wir auch mal sehen können, wie viel Kraft die Jungs da aushalten mussten. Ja. Komm, mein Lieber, wir spucken uns gegenseitig über die Schulter. Gott. Sie mit Schnäuzer, eine Sensation. Horst als Saftschubse, freue ich mich drauf. Schnäuzer. Saftschubse. Darf man gar nicht sagen, als Flugbegleiterin. Nein. Achtung, meine vier Muskelmänner, mein Kommando. Jungs, geht auf Spannung. Und dann 10 Sekunden. Der Pilot muss das Seil natürlich straffen. Jetzt. So, und jetzt will ich starten. Okay. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja! Und die halten und halten und halten. Ja! Gewonnen! Huh! Männer! Ihr habt's geschafft! Haben wir's geschafft? Ja! Diese vier Jungs und mein Hütchen ist schon abgefallen. Das kriegt sowieso gleich der Horst. Ja, und jetzt kommst du. Die haben gefuscht, die haben gefuscht. Da war ein LKW hinten dran. Wahnsinn. Blut, hier, guck mal, oh, das war heftig, gell? Brutal war's. Brutal war's. Aber ihr seht aus, als wenn ihr gesandtstrahlt worden seid, ne? Wir gucken uns dann gleich mal, hier ruht euch jetzt erst mal aus, trinken Schluck. Wir gucken uns dann gleich mal diese Uhr an und zeigen den Zuschauern, wo ist denn die dazwischen? Da, ne? So, wo da? Und zeigen den Zuschauern dann mal, wie viel Kraft da gewirkt hat. Die müssen wir raus montieren. Machen wir nachher in Ruhe, Oliver. Können wir gleich? Ja, die ist eingepackt. Das dauert zu lange. Lass es uns, oder? Oh! 1575 Kilo. 1000... Mach nochmal. Da, Nicola, hast du's? 1575 Kilo. Das ist die Kraft, die ihr halten musstet. Das sind 1600 Kilo knapp, 1575 Kilo pro Mann. Über anderthalb Tonnen sind das. Das sind über eineinhalb Tonnen, 400 Kilo pro Mann. Ich will nochmal hochgenommen werden. 200 pro Hand. Meines Drungen, man. Ich heirate euch alle vier gleichzeitig. Ist okay. Hab nie wieder Probleme beim Umzug. Horst, sag du da auch mal was. Ich bin einfach entsetzt. Ich glaube, jetzt hat er hier zum Horst gemacht. Vor allen Dingen, ich hoffe, dass das Kleid gleich passt. Horst Lichter als Flugbegleiterin verteilt auf unserer Fernsehgarten Spielfläche O-Saft, Tomatensaft, Dattelbratwurst, auch Kohlrabi-Salat und wir vier. Oh, nee. Wir fünf, also ihr vier und ich, wir machen's uns richtig schön. Ja? Gut. Wir freuen uns drauf. Und es. Und es. Und es. Und es. Wir freuen uns auf uns. Lieben uns. Vielen Dank.